So, 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 hier bin ich wieder, euer Bloodwagon. Ja, hoffentlich ist es jetzt der vierte und letzte Teil, den ich jetzt hier mache. Also von diesem Aufbau hätte man nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich hätte an dessen schon mal hier weitermachen können, aber habe ich nicht. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt nehmen wir mal zwei Reihen mit nach unten hier. Das wird jetzt bestimmt noch mal 15 Minuten fressen. Wir sind im letzten Teil hier unten stehen geblieben. Wo sind wir stehen geblieben? Hier sind wir stehen geblieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das mal versuchen alles ein bisschen aufeinander zu halten, was wir jetzt schon hatten. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2. So. Und das ganze hier natürlich noch. Die Dinger sehen verdammt ähnlich aus. Mann, Mann, Mann. So, diese Teile haben wir jetzt. So, das haben wir. Und jetzt fehlt das hier noch. Mit den hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und ja, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer, oder? Finde ich auch. So schwer ist es eigentlich nicht. Es braucht halt nur wie gesagt seine Zeit, ne? So, hier sind wir fertig. Dann geht das hier drüben weiter. Das war jetzt der Teil. Jetzt kommt die ganze Schoße hier noch dran. Dann haben wir es ja eigentlich auch schon fast geschafft, würde ich sagen. So. Ne, essen willst du nicht. Musst aufpassen, ne? Könnt ihr auch essen. Also wenn ihr nicht in der Magic Biome seid, und obwohl ihr euch gerade in dem Holz liegen habt, dann könnte es sogar passieren, wenn ihr dann Zugang rechts klickt macht, dass ihr die dann für euch sozusagen verspeist, ne? Das ist natürlich auch nicht gerade Sinn der Sache. So. Die ganzen restlichen Ohr noch hier rein. Ich will hoffen, das können wir eigentlich mal ausschalten. Ich will hoffen, dass das dann eigentlich dann langsam das letzte war. So. Die letzten Mana-Bohnen, Freunde. Die letzten Mana-Bohnen. Hier sind wir stehen geblieben. Hier sind wir stehen geblieben. 1, 2, 3, 4. Es sollen immer 64 drinne sein, ne? Och nee, hä? Och nee, äh. Ach nee. Was habe ich hier? Das muss ich hier mal aufschreiben. Das muss ich hier mal aufschreiben. Das muss ich hier mal aufschreiben. Also. Instrumentum. Compatito. Femes. Examinos. 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 Und Perfudio. Perfudio. Genau. Examinos. Oh Mann ey. Wo ist das nur? Oh Mann ey. Wo ist das nur? Examinos. behindert. Examinos. In Examinos. Parfudio haben wir am.. Ex... Famus am.. Esp... Perfudio hey. Examinos. Examinos. Femus, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hab ich ehens vergessen? Oh Jungs. Ich bin nur ein Dölbatsch eh. Femus, Femus, Ach Instrumentum. Genau, Instrumentum muss ich mitnehmen. Hier haben wir es. So jetzt haben wir alle. Mann, 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 Mann. Okay, also du, du, du und 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 du. Genau. Genau. Ehm, Femus, Victim, genau, 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 genau. Huuu. Das haben wir mit meinen Fressen. Das war es aber knapp. So, zack. Und so. Und hier herunter. Durch herunter. Zwo, vier, sechs, acht. Das werden wir gleich mal so lösen hier. Zack. 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 Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, ein Kuli erst anlegen. Und jetzt noch überall. Eins, zu, rück, gehen. Zack. Die haben wir jetzt auch. Und jetzt fehlt nur das letzte und es sind nur drei Stück. Habe ich nicht gedacht. Drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Jetzt haben wir noch die drei hier. So. Und rein theoretisch müsste jetzt alles voll sein. Ne. Warum nie. Ich glaube nicht vergessen. Als hier sind acht, sechzen, zweiunddreißig. 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 Neunundfünfzig. 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 Sind doch neunfünfzig. Oder brauchen wir das letzte gar nicht. Sehr interessant. Warum hat denn der hier ins Meer dran gemacht? Ach egal. So viel braucht man gar nicht, oder? Finde ich. Ich weiß nicht, ob der noch extra Kohle mit nachschiebt. Keine Ahnung. Aber es sind einundfünfzig. Na gut. Wenn das halt so ist, dann ist es eben so. So. Dann fangen wir mal an. Die ganze Show. So muss ich auch noch verbinden. Habt man da vergessen. So. Wo ist denn meine neckische Kiste? Die neckische Kiste ist hier. Hopp. Ich glaube das braucht sich ja gar nicht anfangen zu verbinden. Denn. Wir legen das ganz gekonntermaßen. Und da da. Gruschen Number. Hier rüber. Ja. Zack. Zack. So. Das haben wir alles. Dich können wir einschalten. Und Dich können wir einschalten. Dich können wir einschalten. Dich können wir einschalten. Und Dich können wir einschalten. Bum bum bum. Bum bum. Bum bum. So. Hier haben wir alles eingeschalten. Äh. Ist denn was in der Kiste drinne? Nö. Jetzt ist die Kiste auch wieder hell. Hm. Interessant. Achja. So. Warum gehst du jetzt nicht? Äh. Mal runter gucken. Weil du keinen Strom hast. Warum hast du jetzt keinen Strom? So. Wie ihr seht. Es läuft. Und es müssten dann zum Schluss genau 51 hier in der Kiste drinne sein. Schauen wir mal. So. 64. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Neun. Acht. Zehn. 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 1, 2, 3, hier können wir nen Cover drüber legen, das machen wir später mal. Und jetzt geht's in die Batman Form zurück und jetzt geht's nur noch, ich denke erstmal die ID, nee, halt, Label Set Beans, das muss ich beim Computer auch noch machen. So, jetzt haben wir uns zumindest mal gelabelt und jetzt fehlt mir nur noch der Code, nee, und die ID fehlt nur noch, genau. So, kopieren. Für ID ist die 5, was ist die 5, habe ich schon 5 Totals gebaut? Oder haben wir wieder zusammen, keine Ahnung. Okay, pass the blanket. Beans. Show.run Beans. Was? Hä? Wie jetzt? So, äh, ähm, auch mal verkehrt gemacht? Nö, eigentlich nicht, oder? Nö, 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 nö. Habe ich hier auch mal verkehrt gemacht? Nö. Das soll ausschalten, das soll auch alles ausschalten, das soll hier dran bleiben, wenn es ein Redstone Signal ist, gibt es halt sozusagen auch nichts weiter versenden. Ähm. Du bist das Teil hier. Nö. Deal. So. Beans. Let's get's. Nö. Table Index Expected. Gott, no. Beans 13. Watt. 11. Beans. 13. Das schalten wir erstmal alles, ja. Bevor die Augen noch schief geht. Zack. Nochmal. Beans. Da gehen die ganzen Teile jetzt durch. So, wie ihr es machen soll. Oh, genau so. So. Wie ihr seht hier, da geht jede Bode durch. Okay. Super. Müsste gleich fertig sein. Beans 21. Slot ID 54. M kirchst. Müsste. Müsste ist ja. Das ist jetzt natürlich ne tolle Sache hier. Das ist. Hm. Hab ich den Code verdorht vielleicht. Hm. Nö, Wanda beans. Hmmmm. So, 21. 21. Gibt es vielleicht irgendeine Bonus, die ich doppelt habe? Das kann doch auch passieren. Es kann auch passieren, dass ich irgendeine doppelt habe. Den Cullum habe ich doch bestimmt doppelt, oder? Mautos, Panos, Instrumenten, Dumpus, Sange, Abo. 63, von den letzten 2 Bohnen hat er ja schon. Ich mache das nochmal hier. Exit. Terminate. Danke. So, tun wir das ganze nochmal starten. Beans. So, jetzt geht alles nochmal durch. Hm. Es kann meistens noch damit zusammenhängen. Erstmal drauf abstellen, ob mein Computer noch D4 und D5 ein. Und werden mal sehen. Okay. So. Das war natürlich das Schlimmste. Bedit. Essenzia. Ja. So. Jetzt nehmen wir die 5 ein. 5. Exit. Restart. So. Okay. So. Das haben wir. Und ich wette mit euch. Der hat sich bestimmt wieder gesagt. Fehler. Slot 21. ID 54 must be less than size. ID 54. Natürlich. Die haben alle IDs. So. Trottel. Er und Luxe gleich. ID 54. Das geht ja gar nicht. Ähm. Stumpcraft. 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 Ach Mist. Hier sieht man das ja auch nicht. Hier sieht man das ja auch nicht. Was ich machen kann ist maximal unten nochmal alles durchgehen. Öffschreiben. Und schon alles hab. Instrumentum. Panus. Potentia. Hm. 54. Mehr als 54. 50. Hier sieht man ganz was neu aus. Ja. Modem hat er. Das kann man dann nur hier drüben ein Fehler unterlaufen sein. Das kann man dann nur hier drüben. Perfogio. Nur hier drüben. Saxon. Humanos. Gelumpanus. Bestia. Papico. Ja. Hm. Na ja. Ich würde sagen. Das versuche ich. Au. Ah. Beilein geschlafen. Bis zum nächsten Mal rauszufinden. Und wie gesagt im Tutorial ist das ja alles wunderbar funktioniert. warum es gerade hier nicht geht kann ich mir nur vorstellen dass es im Endeffekt irgendwo ins Doppel drin hat. Und in demzufolge. Ja. Und mehr als 64 geht ja nicht. Stackbar sind die ja nicht. Aber es sind im Endeffekt ja auch. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 45. 46. 47. 48. 41. 41. Es kann aber passieren dass die vielleicht. Da sind Doppel drin. Gut. Ich versuche bis zum nächsten Mal rauszufinden. Ich hoffe euch hat das ganze gefallen. Und ja. Wenn es euch gefallen hat bitte hinterlasst mir einen Daumen. Und schönen Abend noch. Schönen Tag noch. Tschüss. Euer Blood Dragon.